Die Frage, die sich viele stellen, ist, werden wir gerade beim Bitcoin-Preis reingelegt? Wird uns die Zukunft pessimistischer verkauft, als sie wirklich ist, damit wir an den Wertverlust von Bitcoin und den anderen Kryptowährungen glauben und unsere Bitcoin verkaufen? Oder ist trotz der negativen Nachrichten jetzt der richtige Zeitpunkt, in Bitcoins zu investieren? Das heißt, befinden wir uns hier oder hier? Ist der Bullenmarkt vorbei oder haben wir nur eine kurze Pause des Bullenmarktes oder befinden wir uns jetzt im Kryptowinter? Und in diesem Video schauen wir uns an, wo wir uns gerade befinden könnten, insbesondere da viele davon ausgehen, dass Bitcoin weiterfällt. Wir schauen uns eine geheime Botschaft von Elon Musk an und warum jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, in Bitcoins zu investieren. Und bevor wir starten, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Das Video stellt keine Finanzberatung dar und ein weiterer Hinweis, in den Kommentaren gibt es immer wieder Scammer, die sich als der Kanal ausgeben, die dann an dein Geld und deine Bitcoins kommen wollen. Achte unbedingt darauf, dass du niemandem hier deine Daten gibst. Egal welche Versprechungen sie machen. Eines dürfen wir nicht vergessen, in 2020 ist Bitcoin um 70% gefallen. War es da mit Bitcoin auch vorbei? Im März 2020 konnten wir einen Bitcoin Crash sehen, wo der Preis von Bitcoin auf ungefähr 3000 Dollar pro Bitcoin gefallen ist. Und die, die zu diesem Zeitpunkt gekauft hatten, machen sich vermutlich keine Sorgen, wie der Bitcoin Preis aktuell aussieht. Und wenn wir uns diese Grafik anschauen, dann könnte es sein, dass das Hoch erst in 2022 oder in 2023 kommt und wir dann einen Bitcoin Kurs von 100.000 bis 200.000 Dollar pro Bitcoin erleben könnten. Was wir auch sehen können, ist, dass der prozentuale Gewinnzuwachs pro Zyklus sinkt. Und das ist natürlich, da Bitcoin als Vermögenswert weiter wächst, weniger volatil ist und daher werden wir auch nicht mehr die massiven Anstiege sehen, die Bitcoin in der Geschichte hatte, als es eingeführt worden ist. Die Idee aus dieser Grafik ist, dass je länger es eine Seitwärtsbewegung gibt, desto höher steigt der Preis. Das heißt, je länger wir uns jetzt seitwärts bewegen, desto höher wird der Bitcoin Preis steigen. Fakt ist, wir befinden uns in einer großen Korrektur und diese könnte noch einige Zeit so weitergehen, wie du das hier in dieser Grafik sehen kannst. Und es letztlich danach dann zu einem Anstieg des Bitcoin Kurses auf 100.000 Dollar oder mehr pro Bitcoin kommen könnte. Zumindest könnten wir uns, und das ist sehr wahrscheinlich, auf eine längere Zeit einer Akkumulationsphase einstellen. Wenn große Anleger ihre Positionen aufbauen, das heißt sie kaufen Bitcoins und dann kommt es zum Anstieg des Preises. Und das konnten wir in dieser Phase hier sehen. Der Kurs hat sich seitwärts bewegt, die Menschen dachten, wir befinden uns in einem Bärenmarkt, sie dachten, wir befinden uns in einem Bullenmarkt, letztlich nur, damit viele ihre Bitcoins verkaufen, sodass große Anleger diese günstig kaufen können. Sie verkaufen unten, verkaufen dann, wenn es einen Hoch gibt, wieder oben und dann machen sie so lange weiter bis all diejenigen, die schwache Nerven haben oder emotional nicht gefestigt sind, ihre Bitcoins verkaufen und dann kaufen die Großen weiter. Und sobald diese Akkumulationsphase vorbei ist, können wir neue Höhen bei Bitcoin sehen. Und genau das sehen wir jetzt auch wieder. Viele verkaufen jetzt ihre Bitcoin, weil sie sich Sorgen machen, dass Bitcoin auf Null fallen könnte und so weiter. Schau dir dazu einfach die anderen Zyklen und die Nachrichten zu dieser Zeit an. Dadurch wirst du einige Parallelen erkennen. Große Anleger kaufen, wenn der Preis unten ist und verkaufen, wenn er oben ist. Das machen sie in dem Bewusstsein, dass der Bitcoin Kurs noch deutlich steigen wird und sie nun ihre Taschen füllen wollen. Daher orientiere ich mich an den großen Anlegern und kaufe in dieser Phase einfach weiter. Und das ist keine Finanzberatung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Und die Akkumulationsphase könnte durchaus bis November, Dezember 2021 oder sogar bis Anfang 2022 dauern. Das heißt, wir könnten in 2022 sehen, wie sich dann dieser Bullenmarkt fortsetzt. Letztlich dauert es vermutlich nur länger, als die meisten gedacht haben, bis der Bullenmarkt weitergeht. Das heißt, es gibt jetzt genügend Zeit, Bitcoins günstig zu kaufen. Doch ein Hinweis von Elon Musk könnte auch genau das Gegenteil bedeuten und darüber sprechen wir gleich noch. Eine Sache, die wir hier sehen können, ist folgende. In jedem Zyklus vom Tief bis zum Hoch ist der Winkel immer flacher geworden und es dauert länger, um das Hoch zu erreichen. Und das kannst du hier in diesem Winkel sehen. Im ersten Zyklus gab es einen steilen Winkel und danach sind die Winkel immer flacher und flacher geworden. Der erste Winkel hatte 78 Grad, der zweite 56 Grad, der nächste 42 Grad und der aktuelle wird vermutlich unter 42 Grad haben. Und daher könnte sich dieser Zyklus noch deutlicher bis in 2022 reinziehen. Das heißt für mich, und das ist wie gesagt keine Finanzberatung, ich werde, wenn es möglich ist, immer weiter und weiter Bitcoins kaufen. Und aktuell könnten wir uns in einer Bärenfalle befinden. Wie du das hier in diesem Video gesehen hast, konnten wir die Weikopf-Verteilung bei Bitcoin sehen und das alles so läuft, wie die großen Anleger es geplant hatten. Daher könnte es demnächst noch dazu kommen, dass wir einen finalen Crash sehen werden und es danach zu einer Seitwärtsbewegung kommt und danach geht es wieder aufwärts. Der Kryptoanalyst Tyler Swope geht ebenfalls davon aus, dass wir uns in einer Bärenfalle befinden und der Bitcoin-Preis sich danach wieder aufwärts bewegen wird. Er hat sogar den Zeitpunkt festgelegt und sagt, dass die Bärenfalle am 13. Juni 2021 vorbei sein wird und wir werden wahrscheinlich wieder die 30.000 Dollar pro Bitcoin erreichen. Aktuell befinden wir uns ungefähr bei 34.000 Dollar und er sagt weiter, dass wir wahrscheinlich etwa 30.000 Dollar pro Bitcoin oder etwas darunter oder etwas darüber sehen werden. Einfach deshalb, um Anleger in eine Falle zu locken, die pessimistisch eingestellt sind, die dann ihre Short-Positionen aufsetzen und er sagt, das ist eine Bärenfalle. Santiman schreibt, dass Bitcoin auf 33.000 Dollar gefallen ist, unsere Mitglieder behalten die wachsende Zahl von Short-Positionen im Auge, wenn die Stimmung so bärisch wird, leute dies im Allgemeinen auf Kauffenster hin, um entgegen der Masse zu handeln. Also Santiman hat ebenfalls das nochmal wiederholt, was Tyler Swope angesprochen hat. Swope warnt davor, dass der letzte Einbruch so hart sein könnte, dass selbst erfahrene Kryptohändler wie er an der Fähigkeit von Bitcoin zweifeln werden, dass sich Bitcoin erholen könnte. Das passt perfekt zu der Aussage von Kathy Wood, dass wir uns gerade in der Phase der Kapitulation befinden und danach kommt die Verzweiflung. Trader sollten sich jedoch nicht von einer rückläufigen Stimmung täuschen lassen. Und das alles passt perfekt in die Weikoff-Verteilung und daher sagt auch Swope, dass wir dazu eine wirklich schlechte Stimmung brauchen. Sie wollen das machen, damit sich viele Menschen darüber Gedanken machen, auch erfahrene Investoren, dass sie falsch liegen könnten und der Bitcoin-Kurs vielleicht weiterfällt. Sie wollen, dass du deine Bitcoins verkaufst. Denk daran, vermutlich jeder, der den Bitcoin-Kurs weiterfallen sieht, auch erfahrene Kryptohändler, werden sich die Frage stellen, ob sie richtig lagen. Sie werden nervös sein, denn so gut wie keiner möchte Geld verlieren. Der Investor Peter Brandt hat zu Bitcoin und Kryptowährungen folgendes gesagt. Eines Tages, vielleicht nicht diesen Monat, dieses Jahr, dieses Jahrzehnt, werden Bitcoin und Kryptos eine Komm-zu-Jesus-Korrektur erfahren. Vermögen, Erbschaften, Lebensersparnisse, gehen verloren. Verlierer werden diejenigen sein, die Kryptowährungen nicht verstehen und daher den Schmerz des Crashs nicht ertragen können. Und es werden diejenigen sein, die gehebelt haben, also auf fallende oder steigende Kurse gewettet hatten. Er sagt weiterhin, dass man nur Geld in Bitcoins investieren sollte, dass man auch bereit ist zu verlieren. Und dass das Schlimmste, was er sich beim Bitcoin-Preis vorstellen könnte, 21.000 Dollar pro Bitcoin sind. Ein Nutzer von Reddit gibt uns jetzt wiederum 8 Gründe, warum wir jetzt Bitcoins kaufen sollten. Zum einen ist der FAT, also Angst, Unsicherheit und Zweifel, der ist auf einem Allzeithoch, wir werden täglich bombardiert und es hat eine Weile funktioniert. Aber die Frage ist, funktioniert das jetzt noch? Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir den in die Kommentare. Dann befindet sich der Fear and Greed Index auf Tiefständen, die wir seit Mitte März 2020 oder davor im Dezember 2018 nicht mehr gesehen haben. Das hatten wir auch in diesem Video besprochen. In der Vergangenheit waren das beides historische Kaufgelegenheiten. Wir konnten bis Januar, Februar sehen, wie der Bitcoin-Kurs den gleitenden Durchschnitt beispielsweise überschritten hat und jetzt können wir das andere Extrem in die andere Richtung sehen. Dieser Unterschied war seit März 2020 und Dezember 2018 nicht mehr so hoch. Wir können auch sehen, wie das gehandelte Volumen immer weiter und weiter sinkt. Was bei einer Korrektur sehr bullisch ist, das bedeutet, dass den Verkäufern, so wie es der Verfasser des Artikels schreibt, schon bald die Puste weg bleibt. Hier siehst du die Punkte mit dem niedrigsten Volumen während der Korrekturen der letzten 6 Monate. All diese Punkte befinden sich entweder unten oder kurz davor. Wale, also große Anleger, bewegen mit der höchsten Rate seit November 2020 ihre Kryptowährungen von den Handelsplattformen herunter und das konnten wir auch kurz vor dem parabolischen Anstieg des Bitcoin-Preises Ende 2020 sehen. Die Zinsen liegen aktuell bei 0%, dann können wir weiterhin davon ausgehen, dass wir eine anhaltende Inflation erleben werden, was letztlich für Kryptowährungen im Allgemeinen großartig ist. Das Stock-to-Flow-Modell zeigt, dass Bitcoin extrem überverkauft ist und sich geschichtlich gesehen auf dem extremen Niveau befindet. Mehr als im Mai 2012 oder Juli 2017. Zusammengenommen sind diese Aussagen laut des Verfassers Zeichen, die wahnsinnig bullisch sind. Und es seiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ist, dass wir sehr nah am Tiefpunkt sind, falls wir den nicht bereits schon erreicht hatten. Und wir sollten seiner Meinung nach jetzt so viele Bitcoins wie möglich kaufen. Wenn du dir dazu noch diese Grafik von Sentiment anschaust. Die großen Bitcoin-Wale haben bereits vor zwei Wochen angefangen Bitcoins zu kaufen und wir können hier auch sehen, dass während die kleinen Anleger ihre Bitcoins verkaufen, kaufen die großen Anleger immer mehr und mehr. Und vor kurzem konnten wir bei Elon Musk sehen, dass er sein Bild bei Twitter geändert hat. Und einige Nutzer vergrößerten das Bild und stellten fest, dass es nicht einfach nur ein schwarzes Bild ist, sondern dass es ein gitterartiges Muster aufzeigt. Und viele wollten dann wissen, ob etwas weiteres dahinter steckt. Ein Nutzer meinte sogar, als er sich das Bild näher angeschaut hatte, dass er so etwas noch nie gesehen hat und dass, wenn man normalerweise ein schwarzes Bild hochrät, solche Muster nicht zu erkennen wären. Und dann hat er aus dem Bild von Elon Musk dieses Bild erstellt und meinte, dass das wie ein Crypto-Chart aussieht und ziemlich dem ähnelt, was wir gerade sehen. Zuerst hatten wir die 60.000, dann kommen die 30.000 und dann geht es auf 80.000 hoch. Was ist deine Meinung dazu? Siehst du den Bitcoin-Kurs weiter fallen, wie beispielsweise, wie Peter Brandt das gesagt hat, dass wir vielleicht sogar auf 21.000 Dollar pro Bitcoin zurückfallen könnten? Oder haben wir bereits den Tiefpunkt erreicht und dass wir danach eine Erholung sehen werden? Was denkst du? Werden wir das Allzeithoch in 2021 oder erst in 2022 sehen? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch, teile das Video und schau dir jetzt die Bitcoin-Playlist an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich!